Dann darf ich jetzt Paterina Notten auf die Bühne bitten. Sie ist studierte Ökonomin und Politikwissenschaftlerin, engagiert sich als Bürgerrechtlerin, Publizistin, Netzaktivistin und Kampagnerin, war 2013 politische Geschäftsführerin der Piratenpartei. Sie klagte gegen mehrere Überwachungsgesetze vor Bundesverfassungsgerichten in Deutschland und erzwangt eine Beschwerde bei der EU-Kommission und ein neues Bundesdatenschatzgesetz. Ich hoffe, wir werden auch so erfolgreich sein. Sie ist Mitglied im Beirat des Whistleblower-Netzwerks e.V. und heute vor allem publizistisch tätig, als Kolumnistin, Bloggerin unter katascha.de und sie hat einen neuen Podcast, den ich euch sehr empfehlen möchte. 2018 ist ihr erstes eigenes Buch erschienen, die Daten, die ich rief, wie wir unsere Freiheit an Großkonzernen verkaufen. Sie wird uns heute unter anderem daran etwas hier live verstehen. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sprechen zu dürfen. Vor allem endlich mal. Also nicht von der Kanzel, aber zumindest in der Nähe der Kanzel. Das ist also ein kleiner Traum von mir. Und ich vermute mal, hier sind ja ganz viele Menschen auch anwesend, die sich ähnlich wie ich schon lange Jahre mit dem Thema Datenschutz beschäftigen. Und ihr alle kennt wahrscheinlich dieses beliebte, in Anführungsstrichen, Argument, wenn man dann sagt, so ja, kümmert man sich mal um Datenschutz, geh dafür vielleicht auch mal auf die Straße für bessere Gesetze, dann heißt es ja schnell, ich habe nichts zu verwerben. Ja, das Standardargument, was man dann bekommt. Sowohl wenn es um staatliche Überwachung geht, als um Überwachung von Unternehmen. Und als Datenschützer denkt man erstmal so, what? Okay, das ist eine interessante Anstellung. Und man denkt sich ja auch, vielleicht hat sich derjenige ja auch gar nicht so in den Gedanken drüber gemacht und vielleicht kennt er ja auch seine eigenen Datensätze nicht. Das ist jedenfalls etwas, was ich mir gedacht habe und habe deshalb überlegt, ich mache mal ein Experiment. Ich mache ein Experiment, bei dem ich mal gucke, wie sieht eigentlich meine eigene Datenspur aus. Ich habe meinen Nutzerteil umgestellt, das heißt, ich habe nur ein bisschen viel beispielsweise bei Amazon eingekauft, nicht lang bei Netflix rumgehangen, was ich ja sonst natürlich niemals machen würde. Und habe dann so eine schöne Datenspur gelegt. Und mein Ziel war von Anfang an, diese Datenspur später mal abzufragen. Weil das war noch nach dem alten Bundesdatenschutzgesetz in Deutschland und jedem Kunden steht es zu, jederzeit zu fragen, gibt mir bitte eine kostenlose Kopie meiner Daten. Und ähnlich ist das ja auch in der Schweiz geregelt. Also, jeder kann das machen, aber kaum jemand macht das. Und deshalb habe ich mir gedacht, mache ich das mal. Und im Rahmen meines Experiments war natürlich das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe mir so eine Bonuskarte gekauft. Es gibt es ja so gut wie bei jedem Geschäft, dass man gefragt wird, sammle ich diese Punkte. Und dann sage ich immer so, nee. Oder ich bin noch nicht doof. Dann gucken alle immer so ganz zufrieden. Und stecken schnell irgendwas weg. Ja, jetzt kann ich endlich mal sagen so, ja klar, gerne hier. War etwas gierig hingehalten und habe dann meine Punkte eingesammelt. Und war vorher einkaufen. Und habe dann so ganz viele Sachen in den Einkaufskorb gelegt. Also unverfängliche Dinge, die man halt im Supermarkt kauft. Beispielsweise Theda-Lady-Einlagen für Lasenschwäche. Oder Tabletten gegen Stresssymptome, Einschlaft-Tieb, Übungs-Tieb, normale Produkte halt. Und habe dann ganz viele Punkte gesammelt und bin. Danach habe ich mich dann auf dieser Plattform, in diesem Fall war es die sogenannte Deutschlandcard, habe mich auf der Plattform eingebaut und wollte dann sehen, wie ist meine Datenspur. Da konnte ich eben nur sehen und habe am so und sovielten in diesen Supermarkt eingekauft. Da war ich natürlich total unbefriedigend und habe den Anbietern geschrieben, so hallo, ich bin Künder, ich möchte gerne meine Daten haben und dann zurückgeschließe, ja logen Sie sich online ein. Ich zurückgeschließe, ja verarschen kann ich mich selber. Ne, ich habe es natürlich freundlich in gewissen Deutsch ausgedrückt. Aber das ist ja ein Blitz, online sieht man ja nur einen Ausschnitt davon. Und ich dachte, naja man macht so ein Datensammelprogramm ja nur, wenn es wirklich interessante Daten gibt. Ich habe dann mal angefragt und dann irgendwann so eine Liste bekommen. Also das ist die Liste, die Sie einem dann in der Nutzeroberfläche nicht anzeigen. Das sind halt wirklich alle Produkte, die ich gekauft habe. Und man sieht da wirklich mit Produktnummer, weiß ich nicht, Perrweiß, Zahnweiß, Raucher, gegen Raucherzähne habe ich mir gekauft. Und so andere Produkte, Bier, Kriegermeister, was man halt so braucht. Und natürlich nur das billigste Hackfleisch. Und man weiß ja lieber, wer nächste Lebensmittel-Skandal ist. Und das Interessante an dieser Datensammelprogramm ist ja viel umfangreicher als das, was die Leute eigentlich sehen, wenn sie sich online einwählen. Und es wird einem ein bisschen transparent suggeriert. Und eigentlich ist es aber ein Bruchteil von dem, was die Leute sagen. Und interessant fand ich vor allem, dass in dieser Liste sogar Produkte drin waren, die mit Nullpunkten inzentiviert wurden. Das heißt, in den AGB heißt es immer, in den Geschäftsführungen heißt es immer so, ja. Natürlich geben wir keine Punkte für Zeitschriften und medizinische Produkte. Ja, komisch, dass die Zeitschrift dann trotzdem in dieser Übersicht auftaucht. Und ich habe mal ausgerechnet für die Information, dass es Raucherzahnweiß gekauft hat, narkosefreie Milch, Anti-Stress-Tabletten, Einschlaftehen, eine Mausefalle, Tabletten gegen Haarausfalle, also so alle möglichen interessanten Sachen, habe es Punkte im Gegenwert von einem halben Cent bekommen. Also wenn Ihnen ein SEO, wenn euch gesagt wird, naja, ihr bekommt ja auch etwas für eure Daten, ganz ehrlich, rechnet es mal aus und überlebt mal ganz genau, ob es euch das wert sein sollte. Aber man muss ja sagen, das, was so Bonuskartenanbieter machen, ist ja nur ein Witz im Vergleich dazu, was online passiert. Und natürlich habe ich mir als nächstes dann fragen gestellt, naja, wie ist denn eigentlich so mein Datenschatz bei Online-Anbietern wie beispielsweise Amazon raus. Weil man kann ja schon sagen, wenn man das jetzt mal vergleichen würde, wäre das so bei Amazon, als würde uns im Supermarkt einer verfolgen und alles genau protokollieren. Welche Weg wir gehen, was wir uns anschauen und welche Bahnen wir wieder zurück ins Regal legen. Beispielsweise, wenn wir die Chips rausnehmen, auf die Kalorientabelle gucken und dann denken sie, oh ne, auch nicht. Wenn du das zwei, drei Mal machst und es ist ein, ja, Kunstkompil, fände ich, wäre das ja schon eine interessante Information. Also so eine Info am Rand, es gibt mittlerweile Supermärkte, die testen Einkaufswagen, die den Puls mitmessen. Also wenn man dann so einem süßen Regal vorbeigeht, ist da kein Witz, ist es tatsächlich so. Dann ist das ja auch eine relevante Information vielleicht, wo mein Herz höher schlägt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also habe ich beschlossen, ich frage mal bei Amazon nach, was habt ihr denn eigentlich über mich? Und das war der Beginn einer wunderbaren Brieffreundschaft. Sie ging mehrere Monate. Ich habe mal beim Aufräumen so alte Briefe von meiner Brieffreundin in Großstadt gefunden. Also das wäre so der einzige vergleichbare Briefkontakt, den ich jemals so intensiv hatte. Und ja, der Weg war zur Datenauskunft, war geflastert von Missverständnissen. Also die erste Antwort ist natürlich, ja, geben Sie den Online-Profil, gucken Sie mal. Antwortet man dann den feinsten Juristen-Deutsch, über das verarschen könnte ich mich selbst. Ist natürlich auch da, wieder so eine Haltbarkeit, da ist nur ein Bruchteil der da, und dann gab es immer weiter hin und her korrespondiert, bis wir irgendwann angefangen haben, echt interessante Daten zuzuschicken. Und damit da bei dieser Datenauskunft auch was Ordentliches rauskommt, habe ich natürlich auch eine Datenschwur belegt. Das heißt, ich habe versucht, meinen Konsumverhalten umzustellen, habe gezielt alles mögliche bei Amazon recherchiert, alle meine Bücher da bestellt, was halt nicht wenig ist. Ich glaube, ich habe insgesamt über 50 Bücher während dieses Zeitraus bestellt, und auch sozusagen wie ein Schlafkissenspray, eine Wackenmaschine. Das da unten rechts ist eine riesige Autoschleife. Ich wusste nicht, dass es solche Produkte gibt. Wenn man ein Auto verschenken will, gibt es eine spezielle Autoschleife. Ich habe natürlich kein Autoschleife. Ich habe eine Protestaktion, ein 10 Meter großes Grundgesetz, von dem Landtag Schleswig-Holstein aufgebaut, und dachte, so eine Autoschleife würde sich dann in diesem Grundgesetz befassen. Hat am Ende doch nicht pass, weil es zu spät geliefert wurde. Ja, also auf jeden Fall erst mal eine Datenspur, die ich dann so ausgeregt habe, und die war sogar auch recht umfassend. Und irgendwann haben sie mir, wie gesagt, dann auch Daten rausgedrückt. Das waren dann so antike Datenträger, die ich bekommen habe. Da musste ich erst mal gucken, wo ich dann so Resegräge habe, um diese Dinge einzulegen. Man muss aber sagen, die haben das schon einigermaßen vernünftig gemacht. Man kriegt einen einzelnen Brief, wo das Passwort drin ist, und einen einzelnen Brief, wo der Verschlüssel für Datenträger drin ist. Aber ich kann jetzt nicht sagen, was das Passwort ist, aber mein Verdacht liegt nahe, dass ich da kein Passwort bei allen benutzen. Das war jetzt ein Passwort, wo ich dachte, also entweder habe ich den einzigen, die diesen Datenausgriff, den man so in dieser Detailtiefe bekommen hat, oder wirklich allerhand das selbe Passwort. Das ist nur Spekulation. Auf jeden Fall habe ich mir das mal angeguckt, und auf der ersten CD war dann erst mal so, ja, Informationen beispielsweise, wann habe ich welche klärte E-Mail geöffnet. Was für Suchanfragen habe ich bestellt. Ich habe da auch testweise mal Krebs-Heilmittel eingegeben, weil ich sagte, naja, ich lehre gut mit Menschen aus, vielleicht speichern die ja so sensible Sachen nicht. Also ist auf jeden Fall drin. Also wenn die Selbsthilfe- und Ratgeber bei Amazon gebuckt werden, auch immer dran mitdenken, wie lange man mit was für Sachen arbeiten konnte. Und ja, da waren noch so andere Infos, und dann habe ich auch welche Werbeanzeige gekippt. Und dann habe ich immer weiter nachgebracht, und dann habe ich bei der zweiten, mit den CD dann aber mehr Daten bekommen. Also es ist halt immer, man fragt immer nach, so ein bisschen wie, hast du nicht dort? Und dann, oh ja, ich habe mir diesen riesen Ladensatz gefunden, den habe ich gar nicht bemerkt. Und in diesem Fall war es dann so eine Exit-Tabelle. Und diese Exit-Tabelle war sehr, sehr groß, und ich habe sie aufgemacht. Und dann war es ja so ein Moment, wo man gedacht hat, man braucht einen neuen Rechner, weil die Waren ein bisschen länger gedauert hat. Und als ich den aber eröffnet habe, habe ich mir das Buch, die ist aber ziemlich lang, habe dann so gescrollt, und merke so, das Buch, das sind ja 15.365 Zeilen, und jede Zeile hat bis zu 50 Zusatzangaben, das heißt 50 Spalten. Und diese Datei hieß Clickstream. Ich habe mal überlegt, wie viel wäre das eigentlich, wenn ich das ausgedruckt hätte? Na, also wenn ich jede Zeile von 15.365 Zeilen in einem Blatt Papier gepackt hätte, also nur eine Schriftgröße 8 oder so, dann hätte ich das auf 15.365 Blatt Papier machen können, das wäre ein Schlafelehrer größer als ich. Na, also nur um mal zu vergleichen, was für eine Lernmenge ist das? Ich habe natürlich nichts ausgedruckt, mir ist sehr weit wichtig, deshalb habe ich mich zum Supermarkt gegangen, habe ich das aufgebaut, und wir haben das dann schnell abfotografiert, ehe uns die Leute wieder vertreiben. Also, die waren das so, und das war vorhin ein CCC Kongress, in dem wir ein paar Marken nehmen an, also da ist glaube ich da in der Zeit alles möglich. Ja, was ist in so einem Clickstream? Also, kurz gesagt alles. Also wenn ihr auf die Hauptseite geht, dann überlegt man mal, also ja, macht eine Bezuganfrage, beispielsweise auch in der Leiburg-Statistics, die bietet sich vielleicht an, und dann guckt man sich, was gibt es da für Bücher, klickt ein Buch an, guckt sich vielleicht noch das Bild genauer an, ist alles drin, und genauso, wenn ihr in euren Puntoeinstellungen halt irgendwas verändert, beispielsweise, wann habt ihr eure Datenschutzbestimmung oder eure Privatsphäre-Einstellungen verändert, alles drin in so einem Touchstream. Ja, was steckt denn in solchen Daten? Ja, also ich habe das ausgewertet mit Letty, Letty ist Datenanalystin, wir haben dazu auch einen Vortrag auf den CCC-Kongress gehalten, und die hat sich das mal automatisiert angeschaut. Und da sind ja durchaus interessante Sachen drin gewesen, vor allem in diesen Zusatzangaben, das heißt, ich weiß nicht nur wann ich was geklickt habe, sondern ich habe Zeitangaben, daraus kann man ein sehr interessantes WACH-Profil in meinem Fall erstellen, das ist bei Freibunkern durchaus interessant. Dann Account-Details gibt es dann noch, beispielsweise ist Prime-Kunde, ist nicht Prime-Kunde, da waren bei mir interessanterweise auch manchmal Fehlangaben, ich bin bei Prime-Kunde, stand trotzdem manchmal drin, oder Business-Kunde. Dann Ortsbezug, beispielsweise als die IP-Auflisse kann man, wenn man davon ausgeht, dass sich jemand nicht VPN nutzt, oder keine anderen Maßnahmen ergreift, da kann man schon raten, wo ist dieser jemand ungefähr. Dann hat man noch ein paar Session-Details, natürlich die URL, Navigations-Details, beispielsweise, wie habe ich durch die Seite navigiert, habe ich jetzt den Einkaufskorb gelegt, oder nicht. Dann Interaktionsarten, und dann einmal so ein interner Kram. Und das heißt, man hat beispielsweise so Einzelangaben, wie am 15.12.2016, habe ich um 23.42 etwas gesucht, also die URL ist dann Search, ich war in Berlin, ich habe den ISP, also meinen internen Search vorbei, da war die Deutsche Telekom, und das Interessante ist, da sind auch noch die Ladezeiten dabei, das heißt, man kann so grob ungefähr sagen, in welchem Bundesland, die Verbindungen wie schlecht gehen. Wobei man kann, also es ist ja nicht statistisch dauer, aber man muss ja eigentlich immer dann dasselbe Bild geladen haben, hat man dann nicht, man kann also nur ungefähr raten. Insgesamt waren es, wie gesagt, 15.365 Zahlen, wobei man sagen muss, dass dieser Datensatz nicht, ja, unendlich lang war, das heißt, es war nicht seit dem Tag meiner Handel, ich habe einen Amazon Account seit 2008, wobei ich zwischenzeitlich halt etwas nie was bestellt habe, sondern mein Kriegspiel empfängt am 1. August 2016 an und geht bis zum 31. August 2017. Das heißt, so mehr als ein Jahr etwas. Und ich habe insgesamt auch immer an 196 Tagen mich auf Amazon herumgetrieben und wenn man das mal so umrechnen würde, hätte ich so 78 Einträge pro Tag gemacht, wobei es natürlich Schwerpunkte gibt, so kurz vor Weihnachten. Als wir uns dann die Daten genauer angeschaut haben, beziehungsweise als Nettias gemacht haben, hat sie dann aber festgestellt so hoch, es war ein Drittel der Daten oder der Klicks, die von Amazon als Klicks gezählt werden, sind gar keine echten menschlichen Klicks, sondern das sind Hintergrund Dinge, die laufen, also beispielsweise Dinge, die nachgeladen werden, wenn ich etwas auf Amazon anklicke. Und die eigentlich interessanten Daten waren da so ungefähr 3747 Einträge, wo man wirklich mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann, da habe ich wirklich als Humanoid die Maustaste betätigt und den Tag Zoom gemacht. Ja, das haben wir dann mal ausgewertet, da konnte man ganz gut sehen, an welchen Tagen war ich denn aktiv, auch da, wo man den Weihnachten sehr deutlich nahm und meine langfristige Planung und was man natürlich auch bei einzelnen Tagen sehen kann und welche Wohlzeit kauft ich besonders viel. Und man kann natürlich dann abgleichen mit der Aktion versus Käufer, das heißt, man kann sagen, okay Katharina hat am Donnerstag extrem viel verglichen geguckt, aber ganz ehrlich, in 90 Prozent der Fälle kauft sie das erst Freitag, von daher brauchen wir ja keine Werbung zu stecken. Das sind ja schon, finde ich, interessante Informationen, aber beispielsweise um welche Wohlzeit ich kaufe. Mir war gar nicht klar, dass ich da schon ein gewisses Muster habe, aber wenn man sich so einen Datensatz ansitzt, erkennt man eben jeder Mensch ein gewisses Muster und auch ein bestimmtes Kaufverhalten, was man eben sich zunutze machen kann, auch für Werbung mastern. Interessant war aber, dass man nicht nur die Käufer, also offensichtliche Dinge daraus ableiten konnte, sondern auch Dinge, die den meisten Menschen, glaube ich, gar nicht klar sind, und zwar unter anderem die gesuchten Orte. Also in meinem Fall konnte man einmal sehen, ich wohne in Berlin, auf wen ich überrasche, dann lasse ich mir das alles hinliefern, und man konnte aber auch sehen, wann habe ich Berlin verlassen, also wann bin ich durch Brandenburg gefahren, beispielsweise mit dem Zug. Meistens, also das zweithäufigste externe Ziel, war Schleswig-Holstein, genauer gesagt Kiel, und das Interessante war, dass ich in jeder Zeit gependelt bin. Ich habe eine Volksinitiative geleitet in Schleswig-Holstein gegen das Handelsabkommen CETA, das war auch die Geschichte mit diesem CETA Grundgesetz, und da bin ich hin und her gependelt, und das Interessante war, man konnte wirklich sehen, an welchen Tagen habe ich wo gearbeitet. Und man konnte auch sagen, an welchen Tagen war ich in NRW, genauer gesagt in einer ganz speziellen Region in NRW, interessanterweise dieselbe Region, wo ich kurz vor Weihnachten dann Pakete hinliefern lasse, wo meine Eltern wohnen. Das heißt, man kann anhand ihres Datensatzes zumindest vermuten, wie oft ich wann meine Eltern besucht habe. Und das fand ich dann doch schon recht interessant, weil das würde ich jetzt Amazon, glaube ich, eher nicht verraten wollen. In Niedersachsen hat man halt auch noch gesehen, wann ich umgestiegen bin. Und Hamburg konnte man auch noch ganz so gut erkennen, weil ich öfter mal beim Freifunk Hamburg mich eingewählt habe, und da konnte man auch sehen, wann ich auch umgestiegen bin. Also so einfache Sachen wie Bahnverbindung konnte man dann recht gut nachvollziehen. Interessant war, dass sich da noch andere Dinge gefunden haben. Ich habe in diesem Versuchszeitraum Urlaub gemacht, auf den Bahamas. Das konnte man sehen. Man konnte übersehen, wann ich in Großbritannien umgestiegen bin, als ich auf die Bahamas geflogen bin. Und man konnte auch mal Polen Urlaub sehen. So eine interessante Anekdote am Rande. Wir haben mal die Ladezeiten auch verglichen von den unterschiedlichen Ländern. Also die Insel auf den Bahamas, wo ich war, ist halt eher so eine sehr kleine Insel, wo es aus den Moskitos nicht so viel geht. Die Netzverbindung war natürlich am besten in Polen. Das war ganz klar. Ja, interessant war auch noch, dass man aus diesem Internet oder Internet Service Provider andere Informationen ziehen kann. beispielsweise meinen Aufenthalt im deutschen Forschungsnetz. Das deutsche Forschungsnetz stattet so ziemlich alle Uni-Bibliotheken mit Internet aus. Das heißt, in meinem Fall konnte man sehen, wann habe es in der Bibliothek rumgehangen. Und wann habe es kurz mal etwas auf Amazon recherchiert, was ja oft mal passieren kann. Wann habe ich 15 Minuten auf Amazon recherchiert, was eher seltener passieren sollte. Und wann habe ich fast zwei Stunden beim Besuchung gegangen. Und das, finde ich, sagt ja auch ein bisschen was über einen aus. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, könnt ihr euch selber überlegen. Aber ja, es sind halt auch Kinder, wo man sagen würde, das würde ich jetzt in meinem Einzelhändler normalerweise nicht verarbeiten. Interessant war, dass ich in meinem Datensatz natürlich auch gefunden habe, von welcher Seite komme ich. Das ist der sogenannte Referrer. Es sollte den meisten ein bisschen was mit Technik zu tun haben und klar sein, dass Seiten so etwas erfassen, aber den meisten nicht technisch. Das ist, glaube ich, nicht so in dieser Form klar. Dass beispielsweise Amazon weiß, von was für Zeitungsartikel ich gekommen bin. Und das sagt ja schon etwas über mich aus. Also einmal, was für Medien konsumiere ich grundsätzlich. Daraus kann man ja vielleicht ein bisschen was über meine politische Einstellung ableiten. Oder auch im Einzelnen, was für Artikel habe ich gelesen. Also in meinem Fall habe ich beispielsweise zwei Artikel von Spiegel Online gefunden. Einmal eine Kolumne von Jan Fleischauer, in dem er sich mal wieder über Berlin aufregt. Und der zweite Spiegel Online Beitrag, den ich da gefunden habe, war Couchsurfing in Russland. Also immer daran denken, wenn man auf irgendeiner Zeitungsseite ist und dann halt mal auf so eine Werbung klickt, weil hier einfach das Buch bei Amazon, ja, ist das gemeint. Manchmal gibt es aber auch noch sogenannte Affiliate-Programme. Das heißt, das wird auch gequäckt, damit gibt Anzeige von eurem Kaufkriegen. Kann man manchmal extra machen, damit man Leuten was spendet, aber nicht immer ist den Leuten klar, dass sie das vielleicht enthältlich machen und eine echte Datenspur hinterlassen. Und ich habe mich natürlich gefragt, was sieht eigentlich jemand, oder was würde jemand sehen, der mich nicht kennt, aber durch irgendein Zufall diesen Klickstream-Innen kommt. Anregote am Rande, die erste CD mit meinem Klickstream, die ist auch verschollen. Die ist nie bei mir angekommen. Ich habe mich beschwert, weil der Amazon ja, ist in der Post verloren gegangen, ich hätte bei Post beschwert, bis heute können wir ein paar Ausrufe machen. In Kombination mit diesem interessanten Amazon-Pass-Projekt, habe ich mir dann schon mal Gedanken gemacht und auch gefragt, naja, was wäre denn, worst case scenario, irgendwann kriegt das in die Hände und was denkt der, was bin ich für ein Mensch. Und da kann man sich ganz viele einzelne Sachen raussuchen. Einerseits kann man sich das Thema Gesundheit rauspicken. Ich habe mir so einen Schnaps angeguckt. Es gibt auch die Rubrik Alkohol. Man sieht also auch, in welchen Rubriken hat sich jemand rumgetrieben, beispielsweise die Baby-Büroartikel oder eben Alkohol. Dann habe ich mir noch so ganz komische Bücher angeguckt, wie die Arthrose, wo man denkt, okay, hat sie gesundheitliche Probleme. Und Krebs natürlich heilend ist, wo man sich auch denkt, nein, die muss ja echt wissenschaftlich unterwegs sein. Ja, und man fragt sich dann auch so in Kombination mit diesen Büchern so, warum trinkt sie den Schnaps aus gesundheitlichen Rummen? Weiß man nicht. Natürlich habe ich dafür eine total pläsiere Erklärung. Also erstmal dieser Gym ist super gut. Ich mache immer eine Schleichwerbung, aber ich habe den einfach gekauft, weil ich ihn gerne trinke. Und diese Bücher über gesundheitliche Themen, die habe ich mir im Rahmen einer Recherche angeschaut. Ich wollte mal gucken, die hoch sind eigentlich so, ja, hysterische Quatschbücher bei Amazon in Bestsellerlisten. Ich wollte recherchieren, wie sieht es eigentlich mit Verschwörungstheoretikern aus, was von Amazon in Bestseller rankamen die. Und deshalb ist ganz viel cooler Kram eben auch in meinem Text. Bei der politischen Einstellung kann man sich ja auch fragen, ja gut, ich habe mir so Sachen angeguckt wie Angst für Deutschland, so eine kritische Analyse der AfD von Melanie Amann, einer Spiegel-Journalistin. Dann habe ich aber auch so, du bist kein Nazi, nur weil du zu Pegida gehst oder AfD lebst. Ein ganz klar Pro-AfD-Buch, auch interessante, in einem einschlägigen Cover muss ich sein. Von einem super seriösen Verlag wahrscheinlich, auch Fightbooks, so kennt man ja auch schon. Ja, also natürlich war es so, ich bin halt eher kritisch Rechtsextremismus eingestellt und habe mir diese Sachen dazu recherchiert. Aber die Frage ist natürlich, wenn jemand mich nicht kennt und so ein Clickstream anguckt, kann er genau so andersrum denken. Ich habe Feindbeobachtungen gemacht, ich habe bisher wie Spiegelautoren recherchiert und bin eigentlich stramm rechts. Interessant wird es ja, wenn man sich überlegt, dass durchaus auch die Polizei oder staatliche Behörden sich auch denken können, naja, ist die eigentlich gefährlich und gucken wir uns mal an, wie deren Datenschatten raus. Man muss sich ja auch überlegen, was macht die Polizei? Das heißt, wenn man jemanden verdächtigt, kann man ja zu den privaten Anbietern gehen und sagen, so ja, rück mal die Daten bei denen raus, ich muss mal mehr über den in Erfahrung reden. Und in meinem Fall hat das auch durchaus einen ernsten Hintergrund. Ich habe im Rahmen meiner Buchrecherche erfahren, dass ich jahrelang, vier Jahre lang einen Eintrag in der bundesweiten Verbunddatei für Cybercrime hatte. Ich bin Cyberkriminell, wusste ich vorher gar nicht. Es stellte sich natürlich als großer Irrtum raus, da war ein ernster Hintergrund. Ich habe eine Protestaktion gegen ein Überwachungsgesetz organisiert, habe mir Verfassungsbeschwerde organisiert und über 10.000 ohne Zufälle, wie das so ist, habe ich dann in der Datenbank gelandet, wo man sich dann denkt, okay, vielleicht, wenn ich noch irgendwas gemacht hätte, was auf mich aufmerksam macht hätte, dass ich dann plötzlich durchaus denken konnte, die wollen wirklich mehr über die rausfinden. Und was würde jemand mit so einer Brille, der mich vielleicht auch gefährlich finden will, dann sehen? Erstmal habe ich mir Killer-Spieler eingeschaut. Dann habe ich dieses schöne T-Shirt eingeschaut, da drauf steht Chemist only because Superwoman is not an official job title. In so dezenten Schwarz, was halt auch so mega super, wie ich rüberkomme. Ein verdächtiger Kurzamt. Und eine Stummaske. Wo ich mir überlege, okay, wenn ich das alles auf einem Blatt Papier packen würde und irgendwie meinen Sogelsatz vorlegen würde und sagen würde, da ist was, dann würde er vielleicht sagen so, hm, ja, könnte sein. Natürlich gibt es eine andere Abwechslung für jedes von diesen Reitings. Feuerequipment getestet, das mit T-Shirt war ein Geschenk. Kochdorf ist gut, würde ich sagen. Ja, und Skifahren kann man ja tatsächlich auch mit solchen machen. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, sind ja, ja, was kann man aus einem Datensatz ableiten, warum ist das interessant? Interessant wird es ja nicht nur, wenn man sich einen Datensatz nimmt, sondern interessant wird es ja, wenn man sich überlegt, was kann Amazon eigentlich aus solchen Datensätzen ableiten. Das ist viel mehr, als ich jemals aus so einem Datensatz ziehen kann. Weil, die haben Vergleichsdaten. Die können beispielsweise sagen, Frauen, die irgendwann mal angefangen, wenige Kram zu kaufen, wie verändert sich deren Kaufverhalten in den neun Monaten davor. Das sind Dinge, die machen Unternehmen auch. Das heißt, die versuchen vorher zu sagen, was könnte die als nächstes kaufen wollen. Oder was kaufen Leute als nächstes mit ähnlichen Problemen. Oder jemand, der einen Emissionsratgeber kauft, wie verändert der sich in den neun Monaten davor. Das heißt, sie haben ganz viele Datensätze, mit denen sie es vergleichen können. Insgesamt 300 Millionen im Fall von Amazon. Und da lassen sich interessante Korrelationen finden. Beispielsweise gibt es bei Amazon diesen Glasrundschneider. Damit kann man in ein Glas schneiden. Das kennt ihr vielleicht. Das kreisförmiges Ding macht man zum Nockenbrand. Und dann kann man ein Loch ins Glas schneiden. Und wenn man sich mal anguckt, was haben ähnliche Leute gekauft, merkt man auch, die fahren alle Schnee genauso wie ich. Das gibt es natürlich für zig andere Produkte auch. Es ist halt echt interessant, dass Leute noch so kaufen, die sich Reizugehörer kaufen. Oder aber beim Thema in den Küchenwagen oder so. Und das muss eigentlich klar sein, wenn man sich so einen Datensatz anschaut. Also das eine ist, was kann eine Person daraus ziehen, was ich, beispielsweise, was habe ich eingekriegt, habe ich mir irgendwie rechtsextreme Bücher angeschaut. Das andere ist aber, was zieht Amazon daraus. Was kann ich so eine Datenfrage gar nicht so allumfänglich erfassen. Und deshalb, für mich ist es wichtig, dass wir umso mehr darauf dringen, dass wir auch ein Recht bekommen, zu erfahren, in was für Schubladen werden wir eigentlich in unserer Datenspur gesteckt. Und das ist vor allem relevant, weil wir reden ja auch nicht nur von 300 Millionen Datensätzen von Amazon, sondern wir reden von zig Diensten. Also Amazon hat mittlerweile sogar eine Produktlinie für Generika, für Tabletten, für Medikamente. Das ist in einigen Ländern wie UK oder USA echt groß. Also gibt es nicht die ganzen Streaming-Portale und, und, und. Das heißt, wenn jemand Amazon identisch nutzt, da geht es nicht nur um die Kaufdaten. Da geht es teilweise auch um Bewegungsdaten, Zahlungsdaten, Gesundheitsdaten und, und, und. Ja, aber Amazon war natürlich nicht der einzige Dienst, bei dem ich mal so eine Anfrage gestellt habe. Also bei Facebook kann man ja keine Auskunft seiner Daten beantragen, beziehungsweise man kann es beantragen, aber Facebook stärkt sich seit Jahren rechtswidrigerweise eine Auskunft zu geben. Der Einzelne, der es mal bekommen hat, war der österreichische Jurist Max Schrems. Der hat ja 1.222 PDF-Seiten dann bekommen. Hat irgendwie jemand aus, wahrscheinlich in den USA nicht drauf aufgepasst und mir einfach ausgerückt, weil er sich dachte so, ja es ist recht, also du siehst ihn gehen. Fand die PR-Abteilung von Facebook wahrscheinlich nicht so lustig, weil in seinem Datensatz dann halt auch so Sachen drin waren wie gelöschte Daten. Also die Daten wurden nicht, also Nachrichten die er gelöscht hatte wurden nicht gelöscht, sondern die wurden in die Datenbank für gelöschte Daten verschwunden. Der hat halt teilweise auch Sachen rausbekommen, wie beispielsweise Nachrichten, die er ins Fenster eingetippt, aber die abgeschickt hat. Und spätestens an der Stelle kriegen meisten Leute so eine kleine Gedenkenmute, wo sie dann überlegen, was hat man in einem emotionalen Moment vielleicht alles eingetippt, aber nie abgeschickt. Und natürlich interessant ist beim Fall Facebook natürlich auch noch so Sachen wie der Like-Button. Das alles kann man von Facebook nicht rausfinden, aber was man schon machen kann, ist so eine Teile ausgucken. Wenn man so einen ganz kleinen, winzig kleinen Ausschnitt, den Facebook seinen Nutzer geben will, kann man in seinem Profil runterladen, habe ich mal für meinen Fall gemacht. Und da habe ich beispielsweise mir angeguckt, was für Interessen für Werbung ordnet dir Facebook denn zu. Und da steht dann so, dein Interessen basiert auf deinen Facebook-Aktivitäten und anderen Handlungen, mit deren Hilfe wir dir relevante Werbung zeigen. Da habe ich gar nicht viel Quatsch dann rausbekommen, wie beispielsweise ich würde mich für militär interessieren und nicht mehr im roten Teppich. Aber dann waren da auch so interessante Sachen, wie beispielsweise Stress. Da fragt man sich, what the fuck? Also was bedeutet das? Was bedeutet das? Diese Frau macht Stress? Diese Frau macht Stress. So oder so zeigt mir das Beispiel, das Grenzen hier zwischen Werbung und psychologischem Vorfall. Die gibt es in vielen Bereichen nicht mehr. Und da schweren sich Unternehmen auch nicht drum. Ein Facebook-Manager hat mal in Australien bei einer Verkaufspräsentation bei einer Warnung gesagt, ja wir können sogar herausfinden, wann Jugendliche sich unsicher fühlen. Es ist total interessant, wann die Leute sich unsicher fühlen und unzufrieden sind und unglücklich, weil dann kann man ihnen vielleicht eher was verkaufen. Und das ist dann an die Öffentlichkeit gelangt und daraufhin hat Facebook zurückgerudert. Sie haben gesagt, wir verwenden diese Daten nicht für Werbung. Sie haben nicht gesagt, wir haben diese Daten nicht. Sie haben nicht gesagt, wir analysieren diese. Also wir analysieren die Musterpuff nicht, sondern sie haben lediglich gesagt, wir verwenden es derzeit nicht für Werbung. Und ich finde, das ist wieder so ein Beispiel, wo man sich einfach auch überlegen muss, wie mächtig so ein Datensatz eigentlich sein kann. Was ich natürlich auch gemacht habe, ist Netflix zu nutzen. Als Serienfan war es mich schwer, meine Zeit zu opfern und ein großes Datenwerk zu generieren, denn ich wollte wissen, naja, was sammelt eigentlich Netflix über seine Mütze? Und wenig überraschend, also da gab es auch wieder so ein bisschen E-Mail-Freundschaft in diesem Fall. Und danach haben sie dann aber auch eingesehen, dass sie hier mehr Laden rausrücken müssen, weil man muss es ihnen auch so aus den Nasen ziehen, ich glaube insgesamt habe ich zwei oder drei Datensätze von ihnen bekommen. Und natürlich weiß sie Netflix, welchen Film wir geguckt haben, wann und so. Das ist ja relativ trivial, überrascht auch keinen, weil darauf basieren die Empfehlungen. Interessant fand ich allerdings, dass bei Netflix auch gespeichert wird, wann man auf Stop drückt, wann man vorspult, wann man zurückspult, und zwar von welcher Millisekunde zu welcher Millisekunde. Es gibt ja unterschiedliche Optionen, wann Leute vor- und zurückspult bei Filmen. Das eine ist so langweilig, also ich bin beispielsweise ein sogenannter Perch-Watcher, ich muss Serien zu Ende gucken, zwanghaft, auch wenn sie schlecht sind, schlimme Krankheit, natürlich keine außer mir, wahrscheinlich auch nicht, aber dann fange ich an vorzuspulen, um die Qualität so ein bisschen zu minimieren. Eine andere Option ist eine Serie, wo viele unterschiedliche Handlungsstränge sind und mich interessiert nur eine. Dann gezielt gucke ich dann immer so, wann kommt die Person vor und springe. Eine andere Option ist, wann spulen Leute vor. Also andere Leute spulen manchmal vor, wenn sie einen Wald nicht sehen können und dann spulen sie vor. Und ich würde sagen, was sie bei jemandem aushören, beispielsweise sagt, er springt bei jedem Gewaltszenen vor. Oder aber er guckt sich die mehrfach an. Interessant ist natürlich auch, wenn sich jemand Sex-Szenen mehrfach anguckt. Und das ist so meistens so der Punkt, also wenn ich diesen Vortrag davon vor Jugendlichen erzähle, was ich öfter mal mache, das ist so der Punkt, wo man so ein bisschen so betretene Gesichter sieht. Und dann so ein bisschen ratter, ratter, was habe ich geguckt, habe ich noch gespult, wann, wann, wann. Ja, und das kann man eben aus dem Datensatz sehen. Und ich fand das so eine Ironie in sich, dass ich bei Netflix, bei Netflix gibt es ja auch diese wundervolle Serie, Black Mirror, die sich so ein bisschen technikkritisch oder so Science-Fiction-Dystopien entwickelt, wie eine durchtechnisierte Zukunft im Worst Case Szenario aussehen kann. Und das ist interessant, also es war wirklich eine Ironie in sich, dann von Black Mirror zu sehen, wann habe ich vorgespult, wann habe ich es zurückgespult und wann habe ich es auf Stopp gedrückt. Und ich habe mir nochmal überlegt, in meiner Dienstzeit habe ich ziemlich viel Trash-TV geguckt. Also, du weißt was, ich komme von der Schule, ich war so ein Schlüsselkind bei der Eltern hochzähltig und dann habe ich halt als erstes immer den Fernseher angemacht und halt irgendwie nach dem Tag Trash-TV geguckt. Keine Ahnung, irgendwelche Talksenden, Milchersendungen, was es da alles so gab. Und wenn ich mir überlege, wann es davon um den Track Record gehen würde, ich würde dann nicht so gut weggucken. Also ich glaube, wer das sehen würde, würde mich nicht gerade für intellektuell halten. Und ich glaube aber den meisten Leuten geht es so. Wir gucken ja nicht nur irgendwie, weiß ich nicht, Sachen, die wir jetzt öffentlich posten würden, sondern vielleicht auch mal Dinge, die wir für uns behalten wollen, oder die wollen bis danach bewertet werden. Und ich frage mich halt wirklich, also es gibt zum Glück keinen Datensatz von meinem Fernsehverhalten mit 14, aber von allen Menschen, die heute 14 sind, die heute YouTube schauen, Netflix und so weiter, da gibt es das. Und ich finde, da müssen wir dringend drüber reden, ob wir das in Ordnung finden. Ja, weshalb? Wir sind nur raten, fragt eure Daten ab. Vor allem, wenn Leute wie ich, oder andere Leute, die es machen, nicht mehr als der Holanden wahrgenommen werden. Denn je mehr Leute das machen, desto mehr steigt der Druck auf Unternehmen zu sagen, so okay, dann stellen wir das eben in deinem Gefühl online, dass du es halt einsehen kannst. Und ich glaube, je mehr Leute auch sehen, was gesammelt wird, desto ehrlicher wird die Debatte auch über Datenschutz, weil es nicht mehr so abstrakt ist, sondern willst du, dass Netflix aufzeichnet, wann du Sex-Szenen zweimal angeguckt hast. Weil im Kern geht es halt wirklich um solche einfachen Alltagsfragen. Und da haben die Leute dann meistens andere meinen, außer ich habe nichts zu verwerben. Also was habe ich in den meisten Fällen gemacht? Ich habe mir in den meisten Fällen dann erstmal die AGB durchgelesen, also die Person, die die AGB immer liest, die Geschäftsbedingungen ist und ich. Ich habe mir eine Datenschutzerklärung durchgelesen und da müssen die Datenkategorien rausgenommen. Dann habe ich aber auch noch den gesunden Menschenverstand eingeschaltet, denn viel steht in den Erklärungen, wie ich, oh, das ist so blumig formuliert, also Interaktionsdaten, was sind Interaktionsdaten. Interessant ist ja wirklich, dass in manchen Fällen es so sehr offenherzige Interviews gibt, wo sie halt sehr eindeutig sagen, z.B. bei Netflix gab es halt einen Pressebericht, wo gesagt wurde, ja, der andere sehen diese Daten. Und dann konnte ich halt eben bei der Anfrage schreiben, sie haben den Pressebericht geschrieben, dann sehen die auch diese Daten. Und so etwas ist auf jeden Fall auch immer gut vorher zu machen, oder gesunder Menschenverstand im Fall von Amazon, wenn sie halt behaupten, wir haben keine Clipsy, dann halt interessiert fragen, dann möchte ich mal wissen, wie sie das technisch umsetzen. Ein paar Tage später mir eine E-Mail zu schicken, was ich denn, ob ich dieses Produkt nicht noch kaufen will, wenn sie angeblich gar nicht gespeichert haben, was ich angekündigt habe. Das ist ja vielleicht ehrliches technisches Interesse, wie man so etwas dann ohne Lagensprung umsetzt. Und daraus habe ich eine Checkliste gemacht. Und ich finde, das ist ganz wichtig, so eine Checkliste zu haben, bevor man eine Anfrage stellt, weil man muss sich darauf einstellen, kein Unternehmen wird beim ersten Versuch, oder ganz wenige Unternehmen werden beim ersten Versuch den vollständigen Datensatz rausrücken. Da haben wir gerade bei einem Unternehmen, wo es besonders interessant ist, überhaupt gar kein Interesse dran. Und man muss schon genau wissen, was fehlt, damit man explizit nachfolgen kann. Das ist hochgradig illegal in dieser Praxis, aber so wird es leider derzeit von vielen Unternehmen praktizieren. Wenn man diese Anfrage hat, ist die erste Antwort, die man bekommt, und schauen Sie in Ihrem Online-Profil. Das ist natürlich Quatsch. An der Stelle muss man da halt eben noch mal eine freundliche Erinnerung schreiben. Dann hatte ich auch schon mal, wir haben Ihr Profil ausgedruckt als PDF. So, und Ihnen zugeschickt. Das macht Amazon. Das ist leider ehrlicherweise der Strategie. Und an der Stelle muss man natürlich auch wieder daran Quatsch reden, ich will den ganzen Datensatz. Und dann langsam, so nach dem vierten Wort, fünf Minuten, interagieren mit einem nervigen Kommunikationspartner. Dann kommt dann so dieses echte Brieffreundschaftsgefühl auf, und man sagt so, ja komm, das kannst du ja auch Dinge anvertrauen. Und dann hat man eben auch einen interessanten Daten. Das heißt, man muss halt wirklich, also man muss nervig sein, man muss den Leuten halt auf den Merkern, man muss sich immer vor Kopf vor Augen halten, das ist mein gutes Recht. Und dann hat man irgendwann die riesigen Daten. Mit diesen Daten werden kann man dann interessante Dinge machen. Man kann sich anschauen und analysieren. Wir haben auch, also Letty hat so ein paar Skripte geschrieben, mit denen man einen Amazon-Datensatz automatisiert auswerten kann. Das haben wir auf GitHub gestellt, weil unsere Hoffnungen gehen auch aus, je mehr Leute sowas machen, desto mehr können wir vielleicht auch Reverse Engineering betreiben und gucken, naja, wie funktionieren denn Amazons Daten werden eigentlich, wie sind die organisiert. Und ich kann Ihnen nur raten, so eine Abfrage zu machen, denn selbst wenn man sich zehn Jahre lang mit dem Thema Datenschutz befasst, ist es eine Sache abstrakt zu wissen, dass man überwacht wird und was der Effekt ist im wissenschaftlichen Blablabla. Das andere ist, es ist wirklich von sich zu sehen, wann habe ich um halb eins in der Nacht nach dem Klimagerät vom Bett aus gesucht. Und das macht etwas mit allem. So ein Datensatz zu sehen macht nachhaltig etwas mit dir. Und deshalb würde ich jedem raten, mal wirklich seine Daten abzufragen. Anmerkung am anderen, man hat natürlich auch ein Recht, seine Daten zu löschen. Das ist meistens die zweite Frage, nachdem die Leute dann so mehr Informationen über solche Datenausgüfte bekommen haben. So klar, kann man machen, aber man kann jederzeit sagen, so hier, ich möchte meine Daten löschen. Geht natürlich begrenzt, also geht natürlich nicht immer bei Kaufdaten, weil man allein aus Abrechnungszwecken und so etwas vorhanden muss, aber beispielsweise Clipstream oder so etwas, da kann man durchaus drauf beharrern. Ja, und wenn man mal mit Leuten konkreter wird und nicht nur darüber spricht, so ja, Datenschutz ist abstrakt total wichtig für unsere Gesellschaft, wenn man mal ganz konkret wird, was bedeutet das denn eigentlich für den Einzelnen und was willst du eigentlich so für Dienste und wusstest du eigentlich, dass sie das und das dann über dich haben, dann ändert sich die Meinung, dann sagen ganz viele, ja, ich habe nichts zu verbergen, außer meiner Privatsphäre. Und ich glaube, da müssen wir hin, nicht zu diesen Privatsphäre, hier etwas zu verbergen, sondern wirklich, natürlich, ja, ich habe etwas zu verbergen, selbstverständlich du etwa nicht, denn es wäre unkuglich, nichts zu verbergen zu haben. Ja, und das wäre es von meiner Seite auch gewesen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn mehr Leute Auslösungen stellen, wenn mehr Leute anfragen, denn glaubt mir, es ist eine ganz interessante Datenreise und je mehr Menschen das machen, desto einfacher, dass für alle die Nachwuchs kommen. Ja, die Formulisten, also die Skrifte zur Datenauswertung findet ihr im GitHub, wie gesagt, auf Lettys GitHub-Profil und von meiner Seite dann, vielen Dank.